Guten Morgen zusammen. Sonntag. Das ist heute der 26. März. Ich bin wieder unterwegs und zwar folgende Mission heute. Gestern Abend erreichte mich ein Anruf daheim auf dem Festnetz. Eine junge Stimme am Telefon. Hallo, ich verkaufe meinen Polo. Ich total verpennt? Ja, ich dachte, okay. Und was für ein Polo ist das? Im Schein steht Polo 86C. Klingt gut. Ich such keinen, kenne auch niemand. Jetzt habe ich zu denen gesagt, ich werde mir mal anschauen, aber sie müssen zu mir kommen. Jetzt kommen die gleich um 10.30 Uhr in die Halle und zeigen mir den Polo für sehr, sehr günstiges Geld. Also fast schon geschenkt. Ich zeige euch jetzt gleich, sobald ich dort bin und sobald die da sind, wenn sie nicht absagen. Okay? Bis nachher. Ciao. So, wir sind in der Halle. Jetzt warten wir, bis sie kommt. Und zwar bei dem Polo. Es handelt sich um ein Polo 2F Coupé. Baujahr 93. Viel mehr weiß ich jetzt nicht. Ich habe nur Bilder bekommen. Ich habe gesehen, da war ein Nebler drin. Also es müsste irgendwie ein besseres Modell sein. Bin mal gespannt, wenn der kommt, ob der was taugt. Und dann sehen wir dann alles Weitere, was oder ob, was mit diesem Polo passiert. In diesem Sinne. Bis gleich. Freunde, ich bin jetzt stolzer Besitzer und diesen Polos soeben mal kurz gekauft. Für Schlampe. Ich darf es gar nicht sagen, wenn ich ihn weiterverkaufen möchte, aber ich glaube, ich behalte ihn für 100 Euro, oder? Ja, guck mal an. Ist doch ein cooles Auto, oder? Mal schauen, was ich damit mache. Vielleicht aufbereiten, irgendwann weiterverkaufen. Vielleicht Low Budget Tuning. Ich habe noch ein paar Teile übrig. Schauen wir mal, oder? Aber ein richtig geiles Ding. Ciao. So, liebe Polofreunde. Also nochmal. Ich habe jetzt das Auto gekauft. Für richtig günstiges Geld. Ich habe jetzt gerade die ehemalige Besitzer gerade nach Hause gefahren. Der meldet morgens das Auto ab. Dann bekomme ich den Brief. Das Auto steht jetzt bei mir in der Halle. Dann werde ich jetzt mal ein bisschen putzen und aufmöbeln. Dann werde ich da mal ein paar Poloteile verbauen, die ich noch übrig habe. Von meiner alten Polos. Dann schauen wir mal, was sich mit dem Auto ergibt. Felgen habe ich auch noch. Vielleicht kaufe ich jetzt noch ein günstiges Fahrwerk. Mal schauen. Oder ich modde ihn ein. Und wenn der Fabio 18 ist, dann hat er einen Oldtimer. Also, in diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag. Und lassen wir uns überraschen, was daraus wird. Bis dann. Ciao. Was ich aber noch sagen wollte. Und zwar, das geile ist, der Polo ist schon ziemlich sehr runter gekommen. Im Zustand dazu wirklich nicht geputzt. Dreckig. Der Motorraum sieht aber echt gut aus. Aber geil ist bei sowas, was ich eigentlich damit sagen wollte. Da kommt das fertigste Auto. Und der Besitzer hat aber alles in der Werkstatt machen lassen. Und manchmal kommen Autos, die stehen pipi-toppi dran, aber alle selber gepusht. Ihr wisst, was ich meine. Na ja, jetzt schauen wir mal. Auf jeden Fall. Bin sehr gespannt, was draus geht. So, ich bin jetzt zu Hause angekommen. Eingeparkt. Ciao. Macht's gut. Gut. Frage. Vielen Dank.